Gewitter im Arzt, Tourette, Gewitter im K... Na komm. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind heute nach Essen gefahren und zwar werden wir hier mit einem weiteren Video unser Format Zeig Dein Gesicht fortsetzen. Ich will, dass Basti GHG sein Gesicht zeigt. Dazu haben wir jetzt auch ganz neu einen neuen Insta-Account erstellt, der heißt ebenfalls Zeig Dein Gesicht. Warum sieht Jan mit dem Outfit aus wie so ein Nachrichten-Partner? Der irgendein sexuelles Strafvergehen gemacht hat. Uns sehr gerne schreiben, wenn ihr ebenfalls eine interessante Geschichte oder ein besonderes Krankheitsbild habt, was ihr mit uns näher thematisieren wollt. Heute sind wir zu Besuch bei Destella. Sie ist Sanitäterin und sie hat ebenfalls das Tourette-Syndrom, genau wie ich. Und dann gehen wir jetzt mal bei ihr rein. So, wir sind jetzt bei der Tür von Destella angekommen. Wir versuchen, also ja. Und wir werden sie gleich zum ersten Mal sehen, nachdem sie uns geschrieben hat. Und ich bin sehr gespannt, wie sie so ist, wie sich ihre Tics bemerkbar machen und wie wir aufeinander so reagieren werden. Hallo. Hi. Runde Nummer drei. Das hat sich gereibt, du kleiner Goethe. Ja, vielen Dank, dass wir vorbeikommen können. Ja. Alter, das ist ja... Das ist ja Dings, das ist eine Cross-Promo. Ja, auf jeden Fall. Duo. Sehr gerne. Danke, dass du uns... Die gehen in die Duos rein. ...geschrieben hast. Ich hab euch nicht geschrieben. Du kannst auch nicht schreiben. Ich bin eine Frau, ich kann nur kochen. Genau, komm gerne rein. Ja. Ja, sehr gerne. Ich bin schon... Fucking Inception. ...mal ein bisschen ins Wohnzimmer reingegangen. Ja, genau. Das ist mein Schlafzimmer. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne, dass ihr gekommen seid. Das haben wir auf jeden Fall sehr gerne gemacht. Das letzte Interview mit jemand, der eben... Okay, Chat, wir werden nicht lachen, okay? Also nochmal, ihr wisst ja, ich bin mit den Jungs sehr, sehr gut und ich kenne ja auch Jan privat extrem gut. Sollte ich lachen, dann bin ich ein Hund, ein gottloser Hund. Als Tourette ist er jetzt schon etwas länger her, was wir gemacht haben. Das war, glaube ich, noch Ende 2019. Damals. Genau. Pflicht Ficker. Und wann sind die Tics bei dir so erstmalig aufgetreten? Ich wollte mir TikTok runterladen und es hat nur für die Tics gereicht. Oh, scheiße, das führt zu schweren Behinderungen. Bei mir hat das ungefähr vor zwei Jahren tatsächlich erst angefangen. Ach, dann hattest du auch erstmalig in deinem Leben Tics. Genau, vermutlich. Also vielleicht hatte ich im Kindesalter auch schon mal was, aber es ist dann nicht so... Guck doch, nicht so... Nicht so aufgefallen. Aber dann vor zwei Jahren hat das relativ schnell angefangen. von leichten, motorischen und verbalen, das ging dann innerhalb von zwei, drei Monaten zu der Ausgabe, wie es jetzt ist. Ja, das ging bei mir ja auch recht schnell vor mehreren Jahren. Ich hatte in der Kindheit ja schon Tics, ist ja auch schon damals diagnostiziert worden. Aber es war die ganze Zeit über immer nur sehr, sehr leicht ausgeprägt. Schön, dass ich gar kein Kind sein kann. Dein hässliches Gesicht ist sehr stark ausgeprägt. Fick dich doch selber, ich gehe gleich. Ja. Und? Findest du denn, dass es dich triggert, wenn von mir dann so auch verbale Tics herauskommen? Auf jeden Fall. Also ich glaube aber tatsächlich... Also je nachdem, was du sagst, aber auch die Motorischen, die triggern auch ziemlich ficker. Ich habe vorhin auch gemerkt, wenn du so einige Bewegungen machst, dass ich die irgendwie sofort nachmachen muss. Oder das gleiche auch bei den vokalen Sachen. Ja. Das hatte ich schon auch bei vielen anderen Begegnungen mit Leuten, die auch Tourette haben. Da könnte man fast meinen, das ist dann so, sobald man dann wieder weg ist, hört das auch direkt wieder auf. Genau. Es ist dann nur so temporär sozusagen so ein bisschen ansteckend. Aber ansteckend ist es ja nicht, ne? Genau. Doch, es ist ansteckend. Wie Corona. Ihr werdet alle sterben. Und die Ausländer zuerst. Bro? Bro? Ausländer raus. Äh. Deutsche raus. Alle raus. Das Wetter ist schön. Oh. Ja, wollt ihr denn was trinken? Willst du was trinken? Kaffee? Nee, eigentlich nicht. Ich habe keinen Bock hier zu sein. Ich habe Wein. Oh, ich bin dabei. Ja, sehr gerne. Dann komm doch mit in die Küche. Alter. Petition. Und Tim aus dem Kanal raus. Sie reiten halt Spaß. Sehr gerne. Das hier ist nicht gestillt. Das ist sehr, sehr authentisch. Wie alles bei uns. Sehr froh, dass wir nicht RTL sind. Dann mache ich uns mal einen Kaffee. Sehr gerne. Das ist sehr lieb von dir. Und du bist ja vom Beruf her Rettungssanitäterin, ne? Genau. Also ich mache das neben dem Studium. Ich studiere eigentlich Medizin. Ach krass. Okay. Oft beruflich quasi. Crazy, nice. Und arbeite noch im Rettungsdienst nebenbei. Crazy, das ist sehr cool. Und seit wann bist du schon im Rettungsdienst tätig? Also hast du da angefangen, bevor die Tics erst mal nicht herauskamen? Oder ist das auch erst, während du dort warst, so herausgekommen? Ne, tatsächlich arbeite ich da schon seit 2015. Und 2019 war es ja dann, dass die Tics angefangen haben. Ich war jetzt auch ein halbes Jahr quasi nicht auf der Wache, weil ich erst ganz viele Atteste ausfüllen musste und verkehrsmedizinische Prüfungen machen musste und alles. Aber jetzt darf ich wieder fahren. Naja, das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ja, genau. Man muss ja immer alles, dass man einmal nachweist, dass man keine Gefährdung für die Menschheit ist. Ja, das stimmt. So in der Art muss ich das auch in der Weise nachweisen bei mir, vor allem durch die Epilepsie. Und genau, so in der Art. Gibt es denn in deinem alltäglichen Leben zu Hause irgendwelche Sachen, die dich irgendwie stören oder beeinträchtigen durch die Tics? Also wenn ich alleine bin eigentlich nicht, da habe ich auch so gut wie keine Tics. Halt die Fresse. Keine Tics. Wo es natürlich anstrengend ist, wenn ich irgendwie in der Uni mal einen Vortrag halten muss oder irgendwie generell ein Seminar habe oder unter vielen Leuten bin, dann ist es halt super anstrengend, weil man natürlich irgendwie immer im Mittelpunkt steht. Also ich bin ja selber kein Student, aber... Ach so. Ja, ich bin dumm. Der aber auch kommt von der Sonderschule. Und wenn du da dann, so stelle ich mir das vor, in einem Hörsaal sitzt, wo so ganz, ganz viele andere Studenten auch sind, ist es denn davor gekommen, dass sich jemand mal gestört hat durch Vokale Tics von dir? Ich glaube ja, aber da das dann so eine Masse an Menschen ist, konnte man das nie so wirklich zuordnen, wer das jetzt genau gefickt gemacht hat. TikTok! Deswegen... Probleme habe ich damit zum Glück noch nie bekommen. Ja, das ist sehr gut. Aber deine Dozenten sind da auch sehr verständnisvoll. Genau, ich gehe meistens vorher hin und sage einmal Bescheid, dass die wissen, dass falls irgendwie jetzt mal doch irgendwas rauskommt, dass man sich nicht wundert. Grundsätzlich waren da bisher alle sehr... Sind da alle sehr gut mit umgegangen. Ja, das ist sehr gut. Und du sagtest ja auch, dass du im Rettungsdienst bist und dass du auch zu so einer verkehrsmedizinischen Prüfung gehen musstest. Also das heißt, du fährst zum Beispiel auch den RTW. Ja, was geht. Ah ja, und das stellt dann auch keine Probleme dar. Nee, genau. Also das geht tatsächlich, Autofahren geht sehr, sehr gut. Das ist eigentlich sogar sehr angenehm für mich, weil ich da keine Tics bei habe. Ähm... Fick dich, Arschloch, Huchensohn. Hallo? Jetzt muss das aber mal raus. Jetzt ist das für mich auch immer sehr interessant, weil ich dann weiß, wie sich wohl so meine Gegenüber immer so ein bisschen fühlen. Also Autofahren und RTW fahren geht ohne Probleme, weil ich dann halt natürlich konzentriert bin, habe ich auch keine Tics. Wie viel hast du schon tot gefahren? Drei. Ist das mit der Polizei? Triggert die dich auch? Tatsächlich nicht so. Ach, tatsächlich nicht? Also es geht. Es kommt immer darauf an, wenn ich gerade in so einem richtigen Tic-Wahn bin quasi und sehr, sehr viele Tics habe, dann triggern die mich auch. Ähm, aber grundsätzlich jetzt nicht. Bullfotze. Genau, die Polizei triggert mich ja zum Beispiel mega. Also es ist ja auch immer überall bei jedem unterschiedlich. Das ist bei Tim aber auch so. Also Tim mittlerweile, wenn der die Polizei sieht, rastet der auch richtig auf und schlägt immer drauf. Ja. Hast du irgendwelche Punkte in der Küche, die dich triggern? Ja, ihr drei. Ja, sieh du jetzt los, das geht, necker. Hast du irgendwelche Teller angeworfen oder so? Mit Leadsab. Ähm, dann Sachen auf... Soll ich dir beibringen? Das macht Spaß. Ja. Gesucht und gefutscht. Wenn Sachen auf Tellern drauf sind, dann möchte ich die gerne runterschmeißen oder sowas oder draufhauen. Das machst du ja, glaube ich, auch sehr gerne. Ja, vor allem, wenn man eigentlich unterbewusst weiß, dass dadurch richtig viel Sauerei entsteht. So Kuchen, Tomaten, Eier. Tomaten, Eier, Butter, Mehl. Eier, Butter, Käse. Ich bin Käpt'n zur See, ich hab das Patent A, B, C und die Sext. Ey, ich hab das im Westen dreht über die Hand. Ich sag's... Wirklich ehrlich. Ich glaube, wir beide... Digga, die Meme-Quoten die ganze Zeit. Ich kann die gleiche Doku über die Reeperbahn gucken. Ich glaube auch, dass... Nein. Doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir lieben uns. Triggerpunkte im Alltag, wie ist es beim Einkaufen? Ähm, ja, ich ruf sehr, sehr gerne. Ich klau gerade, wenn ich... Was kraust du denn ein? Oh, oh. Oh nein, du bist nicht in meiner Weichweite. Eier, auch ein Türenpunkt bei dir? Es geht tatsächlich. Also, beziehungsweise, ich merk schon, die triggern mich schon, aber es ist sehr, sehr wenig. Deswegen kann ich das eigentlich immer zurückhalten. Sind denn hier drin schon mal welche geflogen? Nee, zum Glück noch nicht. Oh, das ist bei mir unzählige Male vorgekommen. Genau, in der alten Wohnung, da war dann über so gelbe Flecken. Gelbe Flecken? Nee, genau, beim Einkaufen, ich ruf halt gerne mal, ja, ich klau gerade. Ach, das mach ich auch. Ich mach das auch, aber ich klau dann wirklich. Ich bin noch nicht 18, wenn ich Alkohol kaufe oder sowas. Also, ähm, oder einfach mal irgendwas. Ich bin an diesem Moment ehrlich und sag, ich brauch das, ich werd sonst nicht wach. Ich bin nicht ehrlich. Ich bin Stella. Aber es geht, also, ich hab... Junge, Alter. Ich hab da auch noch nie Probleme gehabt. Bisher haben, glaub ich, alle Leute dann rechtzeitig schalten können. Ähm, und das relativ gut zuordnen. Kannst du schalten oder lieber Automatik? Ich bin eine Frau, ich gehör in die Küche. Oh. Als ob du da guten Content rausbekommst. Ich glaub nicht. Wir sind gefischt am Kopf, da gibt's sowas nicht. Hahahaha. Du kriegst eine rosa Tasse, weil du schwul bist. Hm. Immerhin krieg ich eine Tasse, den hat keiner. Er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, vielen Dank für... ...den Kaffee. Das hast du schon gesagt. Wann können die mir so eine Show im Fernsehen bekommen? Ich weiß, aber ich muss doch mal sagen. Wollen wir vielleicht ins Wohnzimmer rübergehen? Sehr gerne. Das hast du schon mal gefragt. Du hast nicht geantwortet. Wenn du im Rettungsdienst unterwegs warst und ihr Patienten eingesammelt hat, ist es unter denen eigentlich schon mal auch zu Verwirrung gekommen? Oder ist es, wenn du Einsätze fährst, auch so, dass du durch die Konzentration kaum Tics hast? Genau. Also, immer wenn ich arbeiten bin, hab ich eigentlich so gut... Die beiden einfach als TV-Host bei einer politischen Diskussion. No joke. Gar keine Tics, beziehungsweise kann sie dann was kommt relativ gut unterdrücken. Was häufig ist, ist irgendwie diese Kopfbewegung, aber die übergehen die meisten einfach. Ja, das fällt ja nicht so sehr auf, ne? Genau. Oder so ein Augenblinzeln oder sowas. Das macht man ja mal ab und zu. Genau, das stimmt. Ich wollte mir TikTok runterladen und es hat nur für einen Tick gereicht. Genau, deswegen, also ab der Arbeit hatte ich noch nie Probleme damit. Bin ich auch sehr froh drum. So ist ja was auch, sage ich immer wieder. Wenn ich jetzt im Rahmen des Studiums irgendwelche Praktika hatte. Sie kann es sogar richtig aussprechen. Praktika. War das immer überhaupt kein Problem. Das ist sehr gut. Und dann nach dem Medizinstudium hast du wohl vermutlich vor, Ärzten zu werden. Nein, dann werde ich Bauarbeiter. Ach so. Genau. Und hast du dir da schon irgendwie so einen Fachbereich, den du sehr interessant findest? Also ich finde Kinderheilkunde sehr interessant. Ja. Aber natürlich wäre es auch irgendwo interessant, in die Richtung Psychiatrie zu gehen und sich dann selbst auf Tourette irgendwie ein bisschen zu spezialisieren. Oh, das wäre extrem krass. Das kann ich mir vorstellen, gerade wenn man selber so aus erster Hand sozusagen getroffen ist. Das wäre sehr, sehr crazy. Das wäre dann auch mal sehr interessant, wenn du später als Psychiaterin oder Neurologin arbeitest und selber von einem derartigen Krankheitsbild betroffen bist. Das wäre ein sehr artiges Krankheitsbild. Genau. Dann hätte man halt ein anderes Verständnis für die Patienten, was man aufbringt. Das ging an dich, Patrick. Dann hat man halt ein ganz anderes Verständnis, was man für den Patienten aufbringen kann. Und natürlich, was ich jetzt auch selbst bemerkt habe, ist, dass natürlich die Nachfrage sehr, sehr groß ist. Also wenn man jetzt zu den, fick dich, zu den großen Zentren gehen will, jetzt zum Beispiel Köln oder ich glaube, du warst in Heidel? Ähm, Hannover. Hannover. Die haben ja Wartezeiten von über einem Jahr teilweise. Ja, das ist mittlerweile sehr lang. Also ich hatte, ich war ja 2018 zuletzt. Ich labber mit dem 26. Wiesab und dem Text dazu. Ich bin ein armseliges Wesen. True. In der medizinischen Hochschule Hannover, das ist ja dann eine riesige Tourette-Ambulanz. Tourette-Ambulanz. Tourette-Futze. Da musste ich etwa sieben Monate auf den Termin warten. In Köln war es eh nicht lang, aber da ging es dann etwas schneller halt durch meine Teilnahme an der Cannabis-Studie. Ja, das war für mich leider auch nicht so das Nonplusultra. Genau. Hast du denn schon mal Cannabis oder was ähnliches gegen Tics ausprobiert? Also ich weiß, dass Cannabis sehr, sehr gut hilft. Das ist ja, danke schön. Bei mir. Noch ist der Antrag nicht durch bei der Kranken... Halt jetzt die Fresse, weh, du machst meine Wohnung kaputt. Wenn du den Wein zerstörst, dann zerstören wir dich zu zweit. Noch lachst du. Ich sitze im Auto direkt hinter dir. Genau, ich... Der Antrag... Die Cannabis-Studie wäre was für Kevin, für Papa Platte, ja. Bei der Krankenkasse ist es noch nicht durch. Die wollen ja immer, dass man sehr, sehr viel ausprobiert. Ja, absolut. Und vor allem sind die halt von so unkonventionellen Methoden, wie zum Beispiel Sachen mit... Also Medikamente, die auf THC basieren, ja häufig nicht so angetan. Oder die weigern sich, das komplett zu übernehmen, ne? Genau. Da habe ich ja auch schon ganz viele Geschichten von anderen Betroffenen gehört. Ich bin auch jetzt medikamentös eingestellt mit einem Neuroleptikum. Das hilft mir so im privaten Bereich sehr, sehr gut. Ich glaube, dadurch kann ich die Tics auch so gut kontrollieren eigentlich. Wenn ich jetzt nicht so eine neue Situation habe, natürlich. Aber es ist natürlich auch schön, wenn man noch irgendwie ein Notfallmedikament hätte. Was hast du als Notfallmedikament? Also hast du überhaupt aktuell eins? Ich habe nur das Dauermedikament halt. Achso, weißt du zufällig, wie das heißt? Aripiprazole, du Fotze. Das kenne ich sogar. Das wird ja häufig auch Abilify genannt. Genau, Abilify. Das ist, glaube ich, das Einzige, was offiziell für Tourette zugelassen ist. Als Indikation, sobald, ja, das wurde, habe ich bisher tatsächlich noch nicht genommen. Aber es war eine zahlreiche andere Neuroleptika und bei mir sind es ja gegenwärtig nur Epilepsie-Medikamente. Genau, damit das nicht passiert. Und die haben wir dann, also Tourette-mäßig bekomme ich gar nichts. Oh, weird, man. Meistens ist es dann ein Kompliment, wenn man irgendjemand anderen, die jemand anderem deswegen widerspricht, quasi. Schick mal, Kap, okay, warte, was du meinst, schick dir weiter. Dann kann ich immer was Nettes sagen. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mal wirklich Komplimente so hochgelassen. Ja, das finde ich nicht versprochen. Dass ich mal wirklich Komplimente als Tics losgelassen habe. Ihr filmt aus der gleichen Perspektive. Komm auf die Schokoladenseite. Wie war das bei dir am Anfang, als du gemerkt hast, dass es mit den Tics losgeht? Und war das bei dir direkt zu fabulopisch? Perla Krabs, die Tochter von Eugene, ey, Krabs ist der Fernseher Sponsor-Schwammkrab und ein Pottweil. Auf 100 oder hat sich das langsam angebarrt? Also ich würde sagen, es war so von 0 auf 20 und dann von 20 auf 100. Also es hat bei mir angefangen mit so einer leichten Armbewegung, mit dem linken Arm einfach nur. Okay, Jungs, bin 5 Minuten weg. Immer ein bisschen komplexer, aber es war wirklich nur das. Und dann kam relativ schnell auch das Pfeifen dazu. Und gigantiger, bis gleich auch mal, Bro. Ich rede gerade. Und dann kam auch, also das hat sich so in so ein halbes Jahr gezogen, würde ich sagen. Und dann im Oktober, November 2019 kam es dann relativ schnell, dass das erste Wort dazu kam. Das war dann Nein. Dann kam halt... Ja! Nein! Dann kam eigentlich nach jedem Wort das Wort Nein auch. Und dann kamen auch immer komplexere Sachen. Und dann kamen irgendwann die ersten Sätze. Bis es jetzt auch teilweise zu kurzen Handlungen auch kommt. Also bei kurzer... Hugo hat gerade was Neues hochgelassen. ...meinst du, wenn du zum Beispiel so andere Leute berührst oder Knöpfe drückst? Hättest du, da steht, Digga. Genau das zum Beispiel. Ist es dadurch schon mal zu wirklich verheerenden Sachen gekommen? Also ich habe ja beispielsweise schon Gebäude evakuiert durch den Feueralarm. Mit deinem Gesicht. Ne, es war der Zeigefinger oder so Feuerlöscher ausgelöst. Ich will dich jetzt auch gar nicht dazu inspirieren. Ne, die Sachen triggern mich schon, aber ich kann es eigentlich unterdrücken. Wenn ich, also Thema Alkohol, wenn ich da ein bisschen was getrunken habe, ist es schwieriger. Das kann ich nicht unterdrücken. Also das Trinken versteht sich. Da müssen mich meine Freunde dann teilweise auch weghalten von sowas. Ich habe keine Freunde. Das sind alles Kollegen. Aber so im normalen Zustand, sage ich mal, habe ich da glücklicherweise noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Ach ja, Gott sei Dank. Ja, die beiden mussten mich im Flugrad auch zurückhalten. Ich habe nämlich da euren Stromkasten geöffnet. Meinen. Und wie haben die darauf reagiert, als das so losging? Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich da echt gute Freunde habe. Ich habe keine Freunde. Also die Bilder im Hintergrund finde ich extrem schlimm. Ja, du nicht. Ich schon. Also es sind alle super mit umgegangen. Von meiner Familie war das natürlich sehr, sehr komisch. Also gerade meine Mutter hat sich da auch unglaublich Sorgen gemacht natürlich. Ich glaube, das kennst du ja auch vom Anfang dann vielleicht noch. Ja. Man weiß natürlich nicht, was es ist und es ist nicht wirklich greifbar. Fick dich. Arschloch, Hurensohn. Aber es haben sich relativ schnell alle dran gewöhnt. Als dann ausgeschlossen war, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Also als dann Bilder gemacht wurde. Ja, ist auch chill. No joke. Die beiden gehen ja sehr, sehr entspannt damit um. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Alle Untersuchungen auch abgeschlossen waren, dass es nichts Schlimmes ist. Ich kann es ja euch sagen. In private, wie gesagt, Jan, einer der korrektesten Leute überhaupt. So entspannt. Immer super unterhaltend. Immer super, super korrekt, man. Und ich glaube bei Jesus 1 zu 1 das gleiche. Big Shoutout to den beiden. Einfach extrem, extrem nice. No joke. Nur Tourette. Also du meinst mit Bild vom Kopf, so ein MRT vom Gehirn dann. Genau, genau. Dass da kein Tumor irgendwie jetzt oder eine Hirnhautentzündung jetzt nicht die auslösende Ursache ist. Oh, langweilig, kein Tumor. Leider kein Dauerpatient. Dein Gesicht sieht auch aus wie ein Tumor. Haben die denn, als sie den MRT, also dieses Bild vom Gehirn gemacht haben, vorher gesagt, dass sie dich jetzt auf den Tumor untersuchen möchten? Oder haben die das einfach so gemacht? Das haben die einfach so gemacht, aber ich wusste es natürlich durch meine Vorkenntnisse. Ja gut, bei mir haben sie es nämlich nicht gesagt. Ich glaube, um mich nicht zu in Panik zu versetzen. Hilfe! Aber das, ähm, aua, aua. Das macht die Rote, wenn der Tim in ihrer Nähe ist. Digga, dass das immer noch ein Running Gag ist. Scheiße, man. Ich habe echt das Gefühl, dass ich für viele dieser öffentlichen Tics ein Stück weit mitverantwortlich gewesen bin. Zum Beispiel, dass ich halt dieses Die Rote im Bootshaus und das Tim auf Rothaarige steht mit Jan gemeinsam so gemimt habe. Und ich finde, es ist Zeit, nochmal ein paar neue Geschichten gegen Tim herauszukramen aus der Clip. Clip Club, Club Kiste. Ich glaube, ich habe gerade einen fucking Stroke, man. Du bist die Rote. Ach, Plot Twist. Nein. Der MRT von meinem Kopf wurde nach dem ersten Anfall gemacht. Die haben noch ganz viel hintereinander gemacht. Tim hat Mrs. Puff. Wurde mir im Nachhinein gesagt, dass ein Tumor ausgeschlossen werden kann. Hat Mrs. Puff nicht rote Haare? Nee, hat die nicht. Ja, das wird Tim nicht bumsen. Und da war ich erst mal überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass ich darauf untersucht hätte. Scheiß Privatpatienten. Tja, ich bin halt eine Stufe über dir. Genau, also beim MRT muss man natürlich auch gucken, dass man das... Mein Krankenhauszimmer sieht aus wie ein Hotelzimmer und deins... Wie ein Bordell. War natürlich auch schwierig, dann die Untersuchung zu machen. Also ich muss dann auch sediert werden, also ein bisschen ruhig gestellt werden. Ah ja, bei mir auch immer. Damit man halt vernünftige Aufnahmen bekommt. Das sind dann halt so Kleinigkeiten, die man vorher nicht kannte. Also sonst, ich habe vorher auch schon mal ein MRT vom Kopf... G-G-G-Bekommen. Digga, ich auch, weil früher... Weil ich früher... Bei meinem ADS haben die mein Hirn auch gescannt. Aber da ging das halt normal. Aber jetzt kann ich halt nicht... Ball! Garantieren, dass ich ruhig... Kartoffel! Dass ich ruhig liegenbleibe. und deswegen muss man da halt mit medikamentöser Hilfe drangehen. Ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor, also mit sedieren ist so eine leichte Betäubung ja gemeint und ich hatte in der Zeit, wo meine Tics sehr schwach waren, auch schon häufiger Röntgenaufnahmen, zum Beispiel von beiden Knien auch und genau, sowohl da als auch die andere Seite und da hat das immer noch ohne Sedierung geklappt, beim ersten Mal, wo ich dann vor allem starke motorische Tics hatte und dann eine MRT vom Kopf gemacht wurde, musste ich auch die ganze Zeit stillhalten und der erste Versuch dann der Mitarbeiter in der Klinik war es, mich mit so Gurten festzumachen. Das hat es aber eher nur noch schlimmer gemacht und dann kriege ich seitdem für jeden MRT und für jeden Röntgen so eine Sedierung halt und das ist eine leichte Narkose. Genau. Und ja, das ist dann natürlich immer ein riesiger Aufwand, vor allem auch, weil selbstverständlich so eine Narkose für die Krankenversicherung nicht billig ist. Meine Krankenversicherung hat dann auch erst mal gesagt, Moment mal, normalerweise braucht man für den Röntgen keine Vollnarkose und dann musste ich da noch dieses und jenes Attest nachreichen, bis sie das auch übernommen haben, weil da ist man dann schnell schon mal mit mehreren hundert Euro dabei. Hattest du denn in deinem Freundeskreis, als es stärker wurde, welche, die sich dann tatsächlich angefangen haben, sich von dir zu distanzieren? Ne, tatsächlich gar nicht. Ah, das ist sehr gut. Also sind alle wirklich super damit umgegangen. Also ich habe mich von Tim distanziert, von Gewitter im Kopf, weil er so langweilig ist. Könnt ihr aufhören zu reden? Ich glaube das ja wohl. Ist es denn schon mal vorgekommen, irgendwie zu besonderen oder peinlichen Begegnungen mit deinen Nachbarn, weil denen das aufgefallen ist oder weil du denen irgendwas, sage ich mal, zugerufen hast? Nein, zum Glück noch nicht. Also ich glaube, wenn, wo es sehr gekonnt wird, wo es spielt. Ach ja, also du meinst, dann haben die so getan, als ob sie es nicht gehört hätten. Genau. Bewegung! Wie ist das beim Essen gehen? Es ist jetzt natürlich sehr schwierig aktuell, weil das jetzt sehr lange nicht möglich war. Aber die meisten Kellner gucken schon ein bisschen komisch. Also wenn man da irgendwie Unfug macht, sage ich jetzt mal. Hallo! Frag mich, was er gerade gesagt hat. Also als bei dir erstmalig die Rede von der Diagnose Tourette-Syndrom war, wie war denn zu dem Zeitpunkt so dein... Tourette, du Furze! Wie war denn zu dem Zeitpunkt so dein Wissenstand über das Thema Tourette-Syndrom? Also ich wusste, dass es das gibt. Es ist eine Stadt in Japan. Tourette-Dümer! Ich wusste, dass es das gibt, aber ich hatte halt selbst noch nie wirklich... Sorry, 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 sorry. Kommt du da mit? Ich kenne halt persönlich auch keinen, der das hat. Ja, das war bei mir auch so. Am Anfang... Wer das hat? Einen Tripper? Da kenne ich welche. Aber ich sage mal, lustigerweise war das ja ziemlich genau die Zeit, wo ihr auch angefangen habt mit YouTube, meine ich. Anfang 2019. Genau, im Februar 2019 haben wir den gegründet und das war so etwa die Zeit, wo das bei dir mit den starken Tics losging? Genau, das war sehr, sehr ähnlich und da hat mich eine Freundin irgendwann darauf hingewiesen und so, ja, kennst du die? Und dann habe ich mir die Videos halt angeguckt. Ich kenne sie nicht. Und ja, dann hat man natürlich irgendwie schon mal eine andere Aufklärung. Da wurde ich quasi schon mal vorbereitet, ob das noch kommen würde, auch wenn ich noch nicht wusste, dass es noch kommen würde. Ja gut, das ist natürlich auch nie abzusehen, wie sich das entwickelt, da die Tics ja häufig auch von Tag zu Tag schwanken. Auf jeden Fall. Kartoffel. Also sind manchmal stärker, manchmal weniger stark, finde ich. Und bei mir ändert sich das inhaltlich eben auch sehr, sehr oft. Ja, auf jeden Fall Kartoffel. Würdest du es denn auch in Erwägung zu ziehen, eventuell mal eine Tourette-Ambulanz aufzusuchen für eine genaue Diagnose? Ich war tatsächlich in Köln in der Tourette-Ambulanz. Ja, okay. Da musst du jetzt anderthalb Jahre auf den Termin warten. Ja, das kann tatsächlich sein, dass die so lang sind. Genau. Die haben die Diagnose quasi nur noch mal bestätigt. Ja, bei mir auch. Also mein behandelnder Arzt ist tatsächlich auch der ehemalige Leiter der Tourette-Ambulanz in Köln. Ja. Der ist jetzt hier in der Nähe Chefarzt. Weißt du zufällig, wie der heißt? Das ist der Professor Kuhn. Achso, nee, den kenn ich nicht. Dann war ich da bei jemand anders. Also hat mich jetzt nur so selber interessiert. Oha, Bro, der Razor Kuhn. Dankeschön, Digga. Der hat mir auf das Armini-Pfeil dann verschrieben und hat mir Stromschläge gegeben. Chili, Digga. Aua. Hat er nicht gemacht. Das hätte mich auch sehr gewundert. Kuss, 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 kuss. Genau, und dadurch war ich eigentlich von Anfang an gewisserweise echt geversorgt, was das angeht. Und ich glaube, das geht auch anders. Erkrankung. Erkrankheit. Ja, das stimmt. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du dich zum Beispiel durch die Polizei nicht so sehr getriggert fühlst. Und vorhin vorbeigehen hast du ja ein paar Klingeln gedrückt. Was wären denn so Sachen, die deine Tics so besonders stark triggern? Also Knöpfe und Klingeln und sowas auf jeden Fall. Weil gerade was das Motorische angeht. Manchmal sind es manche Wörter, die dann immer einen bestimmten Tick heraufbeschwören, sage ich mal. Hallo! Sonst ist es tatsächlich eher tagesformabhängig als von den Triggerfaktoren. Natürlich, je mehr Leute da sind, desto mehr Tics habe ich auch, desto lauter es wird. Ja, ich finde auch. Und vor allem dann, wenn von allen Seiten einem Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dann wird es halt noch mehr. Dann merkt das Tourette so praktisch, dass es interessant ist. Hallo, ich bin der Stih! Und jetzt kann das Tourette, denkt sich, jetzt kann man noch mal so richtig einen nachlegen. Genau, genau. Und dann kommt ja noch mehr Aufmerksamkeit und das ist ja dann noch mehr Futter für die Tics. Ja, genau, das ist halt Aufmerksamkeit. Tatsächlich kann man ganz gut das zusammenfassen. Ja, das stimmt. Sei es jetzt positive oder negative Aufmerksamkeit. Genau, ist halt so ein bisschen so ein Teufelskreis. Das stimmt. Du bist ja jetzt schon länger im Sanitätsdienst, hast du erzählt. Gab es dann in der Zwischenzeit auch Vorstellungsgespräche? Eventuell irgendwo? Ne, tatsächlich leider nicht. Weil das wäre dann auch nochmal so eine Ultimating-Trigger-Situation. Ich hatte jetzt vor allem 2018 ganz viele. Aber geil auch schon. Und da ist eigentlich jedes Mal irgendwas anderes, äh, Skurriles passiert. Hallo, verpiss dich! Alarm! Wupp, 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 wupp! Gelbes Auto. No Joke, die beiden einfach eine Praxis. Oder? Was sagt ihr Chat? Finde ich extrem chill. Finde ich No Joke extrem, extrem cool, dass die das zusammen so machen. Ist was Besonderes. Also ist halt wirklich was Besonderes. Weil wenn man sich halt mal überlegt, so, dass sich zwei Menschen finden, basically, die dieselbe Krankheit haben und dann zusammen quasi darüber referieren und talken können und so. Also, to be honest, ich finde es absolut nice, dass die zusammenkommen. Chat habe ich jetzt mehrfach gelesen. Let me get a heads up for you guys. Ähm, Jan ist halt homosexuell. Also ich glaube nicht, dass die beiden zusammenkommen. Aber, es ist ein extrem cooles Ding, äh, dass die zwei so, dass die zwei halt so eine Connection haben. Das finde ich extrem geil so. Und all in all, to be honest, Tim vielleicht. Imagine, 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 imagine. Stellt euch mal vor, stellt euch vor, Tim kommt mit ihr zusammen. Das wäre eigentlich, das wäre, das wäre extrem smart für Tim. Dann hat er zwei Channel-Hosts und kann sich immer hinter die Kamera geben. Versteht ihr, was ich meine? Das wäre extrem smart. Tim macht dann quasi Content-mäßig so. Aber Gisela's sexuelle Orientierung ist unbekannt. true. But I don't know, ob das überhaupt, ob über, also ob das überhaupt so theoretisch funktioniert. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn Gisela ja, äh, Los Valentino, Dankeschön, Lara Guy, Dankeschön. Und das Ding ist halt, wenn, wenn, ähm, Gisela, ja, wenn Janja schwul ist, dann kann der, ist ja Gisela wahrscheinlich das auch, oder? Oder? I don't know. I don't know. I don't know, what shit. Ar...